Seid gegrüßt und willkommen zurück zu Resident Evil Village. Schön dass ihr wieder mit dabei seid und ich wünsche euch schon mal bei dieser Folge eine ganze Menge Spaß und ich würde sagen legen wir los. Let's go! Unsere Aufgabe besteht immer noch im Schloss nach Wars suchen. Dann werden wir das mal machen. Auf geht's. Oh, da klingelt schon mal das Telefon. Mutter Miranda, ich muss euch leider mitteilen, dass Ethan Winters diesem Idioten Heisenberg entwischt ist. Weil er in meinem Schloss ist und meine Töchter sich an ihm die Zähne ausbeißen, wenn ich ihn finde. Nein, Mutter Miranda. Ja, natürlich, ich weiß wie wichtig die Zeremonie ist. Verlasst euch auf mich. Ja, sieht auf jeden Fall ein bisschen sauer aus. Aber mal ganz ehrlich, die Frau ist ja auch mega groß. Äh, keine Ahnung wie groß sie ist, aber bestimmt 2,50 Meter. Lady Dimitreskos Schlüssel. Die alte ist so dämlich und hat den Schlüssel vergessen. Mutter rief uns zu sich, um zu entscheiden, was mit dem Vater des Kindes geschehen soll. Noch so ein Familientreffen, als ob diese Missgeboten meine Geschwister wären. Allein bei den Gedanken wird mir Spei übel. Besonders Heisenberg, dieser Schwachkopf. Selbst die Schweine im Wald haben bessere Manieren. Wenn Mutter nicht dazwischen gegangen wäre, hätte ich ihn an Ort und Stelle zerstückelt. Warum nur? Warum behandelt sie mich wie die anderen? Sie gab mir dieses Schloss, hörige Töchter, ewiges Leben. Also muss ich doch etwas Besonderes für sie sein. Bin ich nicht besonders? Ich brauche einen Drink. Ja, ich auch. Okay. Schlüssel benutzen. Ach du Scheiße. All das für ein Kind, das nicht einmal hier ist. Was wollen sie von mir? Ah, du undankbare kleine Kröte. Erst kommst du in mein Haus, dann vergreifst du Widerling dich an meinen Körtern. Und jetzt versuchst du auch noch, mich zu bestellen. Was fällt dir ein? Ruhe dich gut aus, denn ich werde dich jagen. Und ich werde dich in Stücke reißen. Mach doch. Du kannst mich mal. Echt mal. Du kannst uns mal. So, Schießpulver. Ganz wichtig. Und genau wie Pistolenmunition. Können wir alle die brauchen. So, hier ist ein Hebel. Ein bisschen Schrotmunition wäre nicht schlecht. Bei drei Schuss. Ist ein bisschen wenig. Ach du Scheiße. Unser Hund. Als ob ich dich gehen ließe. Er wirst du zerfleischt. Als dass du dein Kind wieder siehst. Ich werde dir zeigen, was du halten. Nichtsdestotrotz zu beleidigen. Also die hat echt ne Mocke, ey. Wir müssen unbedingt hier raus. Und das ganz schnell. Los, weg hier. Schlüssel benutzen. Maske der Trauer. Die hat uns voll die Hand weggekloppt. Ist ja nicht mehr normal. Die Hand brauchen wir noch. Aus dem Schloss entkommen. So, wir müssen hier raus. Und das ziemlich zügig. Finde der vier Engel an Blitz und du wirst errettet. Oh, jetzt komme ich hier nicht raus, ey. Oh, wo kommt denn die her? Aus dem Schloss entkommen. Die vier Engelsmasken finden. Oh, wo kommt denn die her? Wir müssten... Wir müssen ein paar Masken finden. Oh, die alte ist aber auch groß. Ja, wo sind die Masken? Jetzt können wir erst mal schön suchen. Nein, ich bin nicht dein Spielgefährter. Spielgefährter. Hol ihn euch! Maske der Verzückung. So, jetzt ist mal ganz in Ruhe. Moment. Wo könnten die anderen Masken sein? Also hier könnte er eh nur sein. Und wahrscheinlich... Irgendwo verteilt. Oh, momentan sehe ich gar nichts, ey. Na gut. Machen wir mal weiter. Ich war besorgt, meine Schwestern hätten dich bereit. Oh, nee, ey. Oh, nee, ey. Du hast die Jagd, verdorben. Oh, die alte nervt. Was? Oh, ich bin. Oh, ich bin. Alter Schwede, ey. So, wie kommen wir denn jetzt hier raus? Jagdtrophäer. Okay, so kann man es natürlich auch machen. Ah, da ist schon mal zu. Ne, ist ja kein Problem, den können wir nämlich ersetzen durch die Jagdtrophäer. Das kann so nicht verwendet werden. Okay. Dann fehlt mir ja trotzdem eins. Das ist scheiße. Wieso kann ich die Jagdtrophäer da nicht ruffahren? Das ist natürlich Kacke, ey. Ja, wir können andere Ball. Shit. So, erstmal runter hier. Ich bin froh, dich wohl aufzusehen. Wie stehen die Dinge? Ja, nicht so gut. Du war wohl keine große Hilfe, bitte verzeih. Nun, du wirst sie schon finden, sobald du dieses Schloss hinter dir lässt. Brauchst du irgendwas für deine weitere Reise? Weil du mir stets ein treuer Kunde warst, konnte ich meinen Service erweitern. Du möchtest etwas kaufen? Äh, ja. Gut, aber das kann ich ja alles verkaufen. Das sollte reichen. So, geh nochmal zurück. Ich habe neue Waren für dich besorgt. Wie wär's? Äh, steht hier Schrotenmunition. Flintenmunition. Wusste ich doch, dass dich das interessieren würde. Weil die bräuchte auf jeden Fall. Eine interessante Wahl. Erweitertes Magazin. Mann, bei denen ist alles ausverkauft. Gut, okay. Danke für deine Treue. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir unbedingt die Masken finden müssen. Aber wo könnten die sein? Jo, da gehen wir schon mal nicht lang. Ach ja, das war ja ohne Strom, äh. Wo sind die Masken? Auch für Kater ist auch nicht viel zu sehen, aber ich glaube hier ist einer. Dann rennen wir einfach mal geradeaus. Einfach geradeaus. Einfach geradeaus. Das war eine Missionverschwendung, aber... Das war eine Missionverschwendung, aber... ...hielte nicht anders. Wo sind diese Masken? ...hielte nicht anders. Das war eine Missionverschwendung. ...hielte nicht anders. Boah, wo sollen die sein? Ne, da war ich schon. Ja, auch keine Hilfestellung, nix, ey. So, hier waren wir noch nicht. Schloss neben Gebäude. Von der anderen Seite verschlossen. Der Lippenstift der Herrin ist unauffindbar. Wer ihn findet, möge ihn in ihr Badezimmer zurückbringen. Er ist eine Spezialanfertigung und sehr wertvoll. Die Oberkammerherrin. Ja, vielleicht. Ja, keine Schrot mehr. Das hast du nun davon. Wie kann ich diese Teilmittel hier benutzen? Objekt hergestellt. So, schon besser. Überall sind die. Wo sind die Statuen? Ja, mit Sicherheit nicht. Wissenschaftlich der Name. Größe 5 bis 6 cm. Ähnliche Körperstruktur, wie die vom Schmeißfliegen, wobei sich am Kopf Unterschiede zeigen. Sie sind Fleischfresser und äußerst aggressiv in ihren Fressverhalten. Auf Beutejagd versprühen sie Phemomene, um sich zu sammeln, um die Gestalt eines Menschen zu imitieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren. Sie können sich nicht selbst reproduzieren, sondern entstehen, wenn ein Kado-Eier in seinen Wirt legt. Sie reagieren empfindlich auf plötzliche Temperaturabstürze. Fällt die Temperatur unter 10 Grad, reduziert sich die Stoffwechsel auf das absolute Mindestmaß und ihr Körper versteift sich. Man könnte dieses Phänomen vielleicht mit der Kryptobiose bei Bärtischen oder Polypedium-Wandler-Plankey vergleichen. Was ist das denn? Ja, aber immer noch keine Statue hier zu finden. Ja, toll. Jetzt bin ich hier eh mal um Kreis hier ran. Es passt nicht zu diesem Schloss. Ja, super. Ey, wo sollen wir ihn hier noch bitte schon suchen? Was ist das hier überhaupt? Ja, was ist das hier überhaupt? Na, alles klar, ein Schlüssel, ey. Wäre schön, kommt dann bitte auf so eine Idee. Na, super, ey. Immer da, wenn wir irgendwo hinwollen. Kommt, die Alte. Oh, bitte nicht. Oh, bitte. Oh, wie gemein! Will ich mich wirklich töten? Warum tust du das? Das kann nicht dein Ernst sein! Warum? Warum tust du das? Warum? Das ist so kalt! Boah, das ist nicht mehr normal, ey. Einfach nur krank. Nervig die Survivor. Boah, keine Ahnung, wo ich hier bin. Oh, zwei von vier. Lass dir fünf Glocken erklingen. Könnten wir machen. Komm, wir gehen nirgendwo durch, ne? Fünf Glocken, bestimmt auch die da drin. So, dann haben wir schon mal drei. Eins, zwei, drei. Füllen noch zwei. Ja, die sind wieder so moksig, ey. Dass man das wieder nicht sieht. Draußen? Draußen? Ja, der Jan zünd, ne? Nur noch einer. Wo ist die fünfte? Da. Fünf Glocken sollen wir aktivieren. Oh, wo ist denn die fünfte, verdammt nochmal? Oder ist die hier draußen? Oh, das wäre ein bisschen unlogisch. Ey, wo ist denn die? Oh, ich finde diese Glocke nicht. So, die brennt schon. Ne, finde ich nicht. Ey, die kann doch nicht so schwer sein. Kassandra? Kassandra? Kassandra! Oh, die alte nervt, ey. Ich finde die Glocke einfach nicht. Lass die fünf Glocken erklingen. Ne, habe ich keine Ahnung, ey. Kann auch nicht so schwer sein, oder? Wo soll hier noch eine Glocke sein? Oh, diese scheiße Suche, ey. Keine Ahnung, ey. Keine Ahnung, wo die ist. Ja, toll, da oben. Ey, jetzt sieht doch kein Mensch, ey, an der Lampe da oben. Ey, wirklich. Das hat aber ein bisschen gedauert, jetzt, ey. Ach ja, okay. Ja, Schatzkarte. Ich habe gehört, dass sich in diesem Schloss etwas befinden soll, das man den Dolch der Todesblumen nennt. Anscheinend handelt sich um ein antikes Stück aus dem Mittelalter, das mit einem Gebräu aus Kriften aus allen Ecken des Kontinents überzogen ist. Er soll gefertigt worden sein, um Dämonen und Monster zu töten. Klingt alles faszinierend, aber niemand weiß, wo er ist. Ja. Ich weiß es auch nicht. In der Zwischenordnung finde ich Objekte, die nicht weggeworfen werden können. Das ist schon toll. Das ist schon toll. Ich weiß es auch nicht. Scheiß Dreckfischer. Und das nur wegen so ein paar Statuen. Äh, ich muss sie mal zuordnen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, schön. Hier verlierst du doch echt den Überblick. Oh, drei von vier. Aber füllt uns immer noch Ena. Die Ene weiß ich gar nicht, wo sie ist, aber wenn ich die von der Stator hole, ist die Tür zu. Das ist nämlich das Problem, was wir haben. Puh, aber bis jetzt war ganz schön anstrengend jetzt hier dieser Part. Der war nicht ohne. Lästige Missgeburt! Lauf so schnell, wo du willst. Ich krieg dich schon! Ja, freu dich, ey. Oh, passt nicht. Oh, die alte nervt, ey. Keine Heilung mehr. Oh, ich hab auch die Fassung verloren. Ja, was würdest du machen? Wenn du keine Heilung hast. Die alte nervt auch wirklich, ey. Wieso passt das nicht? So, wie bekomme ich jetzt die andere Maske? Ich weiß ja, wo die ist, aber ich krieg sie da nicht runter. Das ist nämlich das Problem. Oh, das ist nervig, ey. Also, das finde ich jetzt so ein bisschen nervig. Oh, ich kann mich nicht heilen, ne? Oh, du verlierst hier auch den Überblick, ey. Ich werde dir zeigen, was es heißt, die Dimitreskos zu beleidigen. Ja, da geht nämlich das Tor zu. Und ich komme hier auch nicht anders raus. Ich weiß nicht wirklich, wie ich die Statue hier rauskriege. Ich kann da auch nichts einsetzen, gar nichts. Eine auf einer Holzplatte befestigten Tierschäle. Aber ich kann da nicht draufsetzen, das ist komisch. Ah, okay. Ja, alles klar. Ich habe es verstanden. Sorry, mein Führer. Ich bin nicht draufgekommen. Es gibt keinen Kommen. Ja, der Teig, oh, ihr märkt. Wenn man auflegen spielt, ist es kein Problem. Aber wenn man hier eine Aufnahme hat, ist es ein bisschen schwierig. Komm schon. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Runter mit dem Dreck. Der Bauch auch nicht mehr. Du hast alles ruiniert. Ich will hier weg. Scheiße. Ah! 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 Fleischknochen! Ich versieh' dich mit Autofahren! Ah! 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 Oh! Ah! 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 Dein neuer Look! Viel besser als der alte! Ach du Scheiße äh! Aus dem Schloss entkommen, das wird schwierig. Das habe ich! Welch Glöpfe ich liebem! Ich habe mich anders, hat mich noch nie jemand in dieser Gestalt gesehen! Leider kostet mich das dein Leben! Ich muss Milzonen herstellen! Hm. Ich habe mich noch nicht in dieser Gestalt gesehen. Ah! 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 Saber! Oh! Ja! Aha! Ah! 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 Keine Mühe. Ah! Was ist das? Ahahaha! Rose ist unsere einzige Ordnung! Du bekommst Ruhe! Ich brauche Blut! Mehr! Mehr Blut! Ich will dein Leben! Du bekommst Lärm und Wohin, Ethan! Du bist nur Feuer, oder? Lacko, du weihn nicht schüchtern! Zeig dir deine Angst! Hahaha! Nicht mal ganz dichter, ey. Halt dich, der Teufel! Es ist zu spät! Du siehst deine Rose nie wieder! Was dir bleibt, ist schwer! Verfluchter ist du! Boah ey, was ein heftiger Part. Boah, das war extrem. Aber jetzt werde ich erstmal aufs Speichern gehen. Dreckiges Glasgefäß. Nach dem Lossuchen. Ja, speich ich mal hier erstmal ab. Ich würde dir noch schnell vorlesen. Ich habe die bestellte Arbeit abgeschlossen. Bitte bringen sie in das Haus mit dem roten Schornstein. Geh durch die Höhle, dann durch die Ruin runter ins Dorf. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal Stopp. Bedanke mich schon mal für das Zuschauen. Wieder etwas länger der Part, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Runde wieder. Also haut da rein und bis dann!